Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Survival Games. Nein, meint ihr nicht? Ich spiele Slender Sanatorium. In Survival Games? Ja, fresse. Okay, du bist nicht los. Wir spielen nicht nur Sanatorium, wir spielen alle Reifen der Slenderman Shadow. Aber das kommt erst im Laufe der Woche? Ja, also jeden Tag kommt ein Video und am Ende bewerten wir, welche Map die härteste war. Und ja, wir beginnen hier gleich im Sanatorium und das gefällt mir nicht. Also, es ist eine unglaubliche Grafik und es ist uns eine Ehre, diese Spiele zu spielen. Ich muss es natürlich spielen. Ich muss es schauen. Das deckt uns alle. Ja, danke schon Slender. Nemo, Nemo. Auf so mir. Ja, also ich bin jetzt an alle Maps vom Sanatorium und es kommt halt jeden Tag eine Sanatorium. Ich glaube als nächstes kommt dann Elementary, dann von... Hat sich das nicht gerade aufgedreht, oder? Ja, ja. Ja, Sanatorium kennen wir schon und das haben wir schon mal gezogen, aus dem Schiff. Und ich versuche hier immer den Witz zu reißen. Und er versucht es gruselig zu halten und er regt sich darüber auf, dass ich witzig machen will. Ja. Oh, Seite, 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 Seite. Ich will lesen. Ich kann es noch nicht lesen, aber egal. Out of sight. Not out of mind. Alter, lernt es nicht. Was heißt das? Nicht aus... Nicht aus... Nicht aus... Nicht aus Sichtweiten... Aber nicht aus, nein. Äh, eher so. Nein. Wie? Ich muss... Nein. Ich muss... Nein. aber das war nicht knapp keiner mehr also Leute das Gewicht vom Mikro Dunkelkant können wir uns an Eis die bestellen hier gibt sich irgendein Getränkautomat ja das mache ich dann rechts von dir rennen den Bildschirm wo gerade ein No where to run Home? Ist der Home gestanden? Halt neben dir ist gerade ein Bild von einem ja ich habe zwei Bildschirm Ah! Alter der ist ja fast hier als der Glöcker von Notre Dame der Glenda von Notre Dame der Gruppe von Notre Dame Fresse Wieso? Was hast du dagegen von Notre Dame zu kommen? Notre Dame ist keine Stadt Notre Dame ist die Kirche in Paris Was hast du davon? Notre Dame zu wo? Ich war schon in der Kartall Notre Dame Notre Dame Schau auf Spiel und schau nicht mich die ganze Zeit an Ich will euch das Spiel schauen da kommt der Slenderman Da schau jetzt mit Schellern Eis der Ja warte ich muss den Kellner warten bei P draussen P das noch mehr Plenar Erstmal effektiv Tat Angst und dann heißt ja mehr ich habe Schiss gerne GmbH sicher kommt das Spiel wie in der ersten folge schon erfahren hat ist der löwe der gute eine frage wenn ich das lande mit jahren sind eine frage wenn ihr wir haben selber das geschreben das Geräusch ist scheisse das ist E-Gitarre und E-Gitarre ja das wissen wir er hat die Toilette gesucht das bleibt die Stunde komm mal hin das will ich nicht da hat er weg nicht oder keine Luft das war's die Kirchenkirche Leute ja mach doch irgendwie das Licht an oder so dann locken wir in der Wange ja sicher komm spiel mit mir Slendy 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 du hast gerade in Youtube überleidigt ja Slendy wow links oder rechts links steht er bitte trah da war's da war's glaube ich in einem Kreis irgendwie komisch wie er hier rein gekommen ist ja genau warum ist das Ländere geht es so du musst auf die Toilette Ah, ja, klar. Haben wir in die Ecke? Ich weiß nicht, ich habe keinen Bock drauf haben, wenn wir hier haben. Ja. Aber wir haben noch ein Bild. Ähm. Warum schwebt das? Das ist so eine physikalische Neue... Das ist so eine... Das war so eine neue physikalische Erfindung. Ähm. Stärz. Das muss ein bisschen... Stärz haut sich das an. Irgendwas mit deiner Seele. So, irgendwas mit der Länge. Wie viele haben wir eigentlich schon? Was haben wir schon auf der Seite? Fünf! Die Gangster sind böse. Da gingst du ein bisschen. Da gingst du ein bisschen. Ja. Da gingst du ein bisschen. Ja, also wenn wir dann fertig sind mit der ganzen Runde... Hm. Wollen wir anbogen sein Steuerzahlen? Nein, werden wir nicht. Wir werden dann... Weinen. Nein, das haben wir. Wir werden sterben. Nein, wir werden euch fragen, was ich am besten gefallen habe. Grundsterben. Alter, gib dir mal die Grafik von dem Schloss. Von dem Schloss. Von dem Schloss. Von dem Schloss. Bei allmach. Da kriegt den Schloss. Wie guck Deutsch? Da glaube ich Deutsch. Ich cuidado bin ich in diesem Scheinlang. Ich hebe das zu einer, bei uns zu einer von ein Geburt. Warum das zu... Da fällt es und te Literally droperation. Alter. Alter 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 Alter... Ich geh noch mal weg. Ich geh noch gegen der Alter. Ja ja. Warte nur am Alter, geh raus von droden! Wenn wir ihn nicht an schauen und von hinten zu gehen, dass wir ihn nicht sehen... Du seh ihn nicht, du seh ich... hay worse... Das hab ich gekappt... อ TROLOLOLOLO war voll geil... 아이 Klar, ich habe so einen Schock bekommen... Alter, liegen erstmal so groß Ihre. Der ist größer als hier. Das ist der Schminder. Ständermann! Ständermann! Finktos! Wir haben jetzt rausgemacht! Der hat seinen Kopf so komisch eingezogen. Das ist die Slammela. Und wir sind wieder am Anfang. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Da schalten wir mal ein. Sag mal, warum hat er eigentlich Angst, wenn wir ihm seine Titel wegnehmen? Keine Ahnung. Oder sind seine Aktien? Took my girl and no coming for me. Wir haben sieben. Wir haben sieben Seiten. Das ist ein Bus. Ja. Ich werde jetzt von der Frau uns mal eins eingeben. Das ist ein Elementor. Das ist ein Elementor. Scheiße. Wenn ihr jetzt noch da seid. 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 Sagt. Müsst ihr die Kommentare schreiben. Schreibt. Schreibt. Nein, nein, nein. Wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Dann. Kein Frieden. Ich krieg den Slowclap von uns. Ich weiß nicht. Ich mach das mit dem System. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja! Nein! 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 Ja! Wir müssen escapen! Wir müssen escapen! Wir rennen der Beine. Wir sind nicht auf die Beine. Wir müssen escapen! Wir müssen escapen! Wir müssen escapen! Wir brauchen da noch ein System. Wir brauchen da noch ein System. Die Ecke geht nicht so schämen. Ja, es geht nicht so schämen. Wir müssen escapen! Und da ist es so schämen. Wir müssen escapen! Ja, das ist eine Ecke. Ein Beispiel. Das ist eine Ecke! Nein! Das ist eine Ecke! Das ist eine Ecke! Das ist eine Ecke! Das war's, tschüss!